Oh nein! Mein Regenbogen... Oh, fünf Sekunden, Leute! Fünf Sekunden, Alter! It's over! Nee, nee, nee. Okay, Leute. Jetzt kommen wir mal zur... Ich wusste die Regenbogenfarben nicht. Ungeheuer guten Tag, Leute! Und willkommen zu einer Runde Masterbilders! Und Willkommen im neuen Jahr. Nee, ich hab gestern schon ein neues... Es ist schon der zweite. Ich hab mein Leben verschlafen. Ich erzähle euch ganz lustige Story. Aber erstmal möchte ich meine Gäste vorstellen. Das sind nämlich heute der Paluten. Hi! Der Mr. Moor. Hallo, Leute! Der Trobu. Hallo! Und der liebe Gamers Time. Hallo! Und es geht in einer Sekunde los. Bam! Du meinst Trobu? Trobu meine ich, den Trobu. Trobu? Also, Leute. Also, erstmal schön, dass ihr da seid. Und frohes Neues an euch alle, obwohl ich euch alle schon... Einen Regenbogen! Ist ja mega einfach, oder? Das sollst du doch nicht allen verraten, Mann! Ich wollte gerade in die Leiste bei Minecraft eingeben. Regenbogen. Ist stark, oder? Nice! Dass du stark bist, weiß ich ja. Du bist ultra-kräftig, Digga. Gar nicht so einfach so ein Regenbogen. Boah, so ein Regenbogen. Der ist krass, Alter! Der ist ein krasses Teil. Krass Herausforderung. Aber es gibt natürlich immer noch so Sachen, die sind so ein bisschen Triggy. Man kann da so ein bisschen out of the edge denken bei so einem Regenbogen. Ich sag's euch, Leute. Glaubt mir. Out of the what? Out of the edge. Aha! Es gibt alle Farben, die ein Regenbogen hat als Ton. Das ist etwas, was uns mal zu denken geben würde. Hat Minecraft vielleicht vor, dass man Regenbogen baut? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Jetzt weiß ich nicht genau, wie ich den Regenbogen überhaupt baue. Ich glaube, ich mach so eine Treppe. Ja, anders kann man den auch kaum bauen. Ja, anders kann man den auch kaum bauen. Das ist unmöglich, Simons! Okay. Wie oft spielt ihr denn alle so Masterbilder? Weil ich spiel's sehr selten. Ich spiel's nur, wenn Revi mich fragt. Mit Revi zusammen. Mit Revi zusammen? Selten. Wenn Revi mal Masterbilder spielen. Wer ist Revi? Ein YouTuber. Raste gerne mal aus. Selten. Vor allem, wenn ihr mir zusammen Formate macht. Ja, der kann einfach nicht verlieren, ne? Er gehört immer seiner Tastatur schuld. Die ist auch wirklich schuld. Die ist schuld. Ist das ein schöner Regenbogen? Es wird wunderschön. Ich weiß es nicht. Ich seh ihn ja nicht. Oh nein. Ich krieg locker eine schlechte Bewertung. Ich geb dir die Beste. Das ist nett, danke. Sind auch alle irgendwie so ruhig. Alle sind so mega konzentriert. Ja, weil Regenbogen, der braucht sehr viel Aufmerksamkeit. Regenbogen. Ist auch okay, wenn man dann ein Einhorn baut. Ist auch okay, ja. Ne, würde ich nicht sagen. Oh mein Regenbogen ist glaube ich nicht so schön. Oh nein. Mein Regenbogen ist nicht so schön. Simon, du musst doch nicht glauben. Dein Traum. Dein Traum. Der Ende wird wahr. Mein Regenbogen ist leider nicht so schön. Ne, 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 ne. Mein Regenbogen sieht mir aus wie so eine Treppe irgendwie. Ja, meiner ist auf dem Fischen. Ja, dass ich fertig werde, ne? Scheiße. Es ist zwar ein Regenbogen, aber es ist so, hm. Ich weiß ja nicht. Ist er laurig. Ob sie es wussten. Der ist überhaupt nicht rund. Ja, der ist überhaupt nicht rund. Ja. Danke. Du kannst mich auch nur kritisieren. Katie kritisiert nur. Ist klar. Mach du erstmal einen Regenbogen. Mach du erstmal einen Regenbogen. Ja gut, wenn ihr wollt, dass Katie Regenbogen baut, lasst mal einen Daumen hoch. Dann macht die nächste Masse für das Folge. Ja, es ist ein hässliches Scheißteil. Ja, ist okay. Ich habe es eingesehen. Gut. Dann mache ich jetzt aber was Wunderschönes noch dahin. Nämlich. Sag ich nicht. Wunderschöne Dinge. Ja. Ich brauche natürlich jetzt noch, äh. Ach man. So. Ich brauche natürlich jetzt noch von jedem. Oh, jetzt mache ich was Gutes. Oh, jetzt kommt was. Jetzt macht er was Gutes, Leute. Vorsicht, Leute, Alter. Jetzt kommt Simon. Viele wundene Farben. Meins ist eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Nicht? Nee. Also ich hatte eine ganz gute Idee. Aber die Frage ist natürlich, wie die Leute das honorieren. Ich gebe dir ein Like. Oh nein, mein Regenbogen ist so hässlich. Oh nein. Von einer Skala von 1 bis hässlich? Wie hässlich? Oh, zu hässlich. Nein, 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 nein. Ich muss hier was bauen. Ach, scheiße. Ich habe alles verkackt. Hehehe. Nein, einmal ist schon vorbei. Kacke, kacke, kacke. Kacke. So, jetzt noch ein bisschen Sparkle. Hardiges. Ich kriege hier die blöden Bogen. Da. Hier. Okay. Oh nein. So was hässliches. Oh, ich probiere es, ey. Ich glaube, ich mache einen richtig schönen Regenbogen. Oh nein. Regenbogen. Oh. Oh, fünf Sekunden. Oh, fünf Sekunden, Alter. It's over. Nee, nee, nee. Okay, Leute. Jetzt kommen wir mal zur. Ich wusste die Regenbogenfarben nicht. Ach. Ja, der kann man durchstehen. Das ist eigentlich voll die gute Idee. Aber trotzdem ist er irgendwie nicht so schön. Ja, der ist der Erste. Deshalb kriegt er von mir erstmal nur mehr. Also vor allem soll hinten noch Gold sein. Ich sag mal auch, er ist okay. Ja, aber es ist ja ein Top voll Gold. Von mir kriegt er sogar ein It's okay. Da ist so ein Goldbarren. Ja, Goldbarren. Der hat schon irgendwie wundere Farben. Der ist schon wundere Farben. Also Wolle. Das ist dieselbe Idee wie immer. Ja, genau dieselbe Idee. Aber Wolle sieht schon irgendwie schöner aus. Aber es sieht trotzdem nur ein It's okay. It's okay. Aber es sind alle besser als meine, Alter. Deiner wird sicher hübsch, oder? Ach nein. Lennart. 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 Du bist ein guter Typ, ey. Das ist meine. Ach. Nein, das ist nicht meiner Spaß. Okay. Das ist doch kein Regenbogen. Aber das ist doch kein Regenbogen. Everything is bleeding. Der hat die beste Form, ey. My eyes are awesome. Also das ist doch kein Regenbogen. Doch, Mann. Das ist voll ja toll. Hä? Jemand schreibt Goods. Und einer schreibt Thanks. Pride. Pride. Oh, Pride wegen Homo-Rechten. Die. Die. Finde ich eigentlich eine gute... Aber das sieht aus. Ich geb dem ihn gut, weil... Ich geb den Boomerang. Es sieht nicht aus wie ein Regenbogen, aber ich krieg von mir trotzdem ein Gut, weil die Idee dahinter cool ist. Weil die Rechte von homosexuellen Menschen sind ja durch so eine Regenbogenflagge oft gekennzeichnet. Und Top voll Gold, wo ein Regenbogen mit einer Wolke ist. Der ist natürlich auch auf jeden Fall ein Good für mich. Ja, aber wieso kommt denn der Regenbogen aus den Wolken? Ja, das finde ich eigentlich ganz gut. Ja, aber das ist kein Bogen. Es ist halt nicht vollendet der Bogen. Nee, es ist eine Regentreppe. Also würde ich sagen, it's okay. Ohhhh! Ist so... Ohhhh! Kennst du das nicht, wenn der Regenbogen beim Goldtopf endet? Oh, der ist aber eigentlich auch echt schön mit den Wolken. Doch, doch. Das ist eigentlich echt schöner. Also wenn ich den gebaut hätte, würde ich dann natürlich ein Everything is awesome geben. Nee, von mir kriegt das ein Me, weil das nur ein D ist. It's okay. Ohhhh! Ich sag auch, it's okay. Ja, ich hasse euch! Ich hasse euch! Das ist klar ein Eis-Ei-Breading. Oh, zwei Töpfe von Gold. Was macht denn das Schaf da? Hä? Das ist ein Einhorn. Okay. Das hüpft doch dann immer beim Regenbogen so drüber. Es sieht auch gut aus, muss ich sagen. Es sieht auch gut aus. Also, es sieht auch gut aus. Ich muss sagen, es ist das Beste, was du jemals gebaut hast. Aber das ist nicht mal von der Farbe ein Regenbogen. Ja, ich wusste nicht mehr. Der hat ne schöne Form. Der hat ne schöne Form. Von der Form her ist der bis jetzt der schönste, aber nicht die Idee. Also kriegt er auch nur ein Gut. Ja. Aber alle besser als meiner, ey. Ich fand, deiner ist der hübscheste gewesen innerlich, weißt du? Loli Nova, ey. Guter Typ. Mist, ey. Nächstes Ball muss Katie bauen, Alter. Oh, der ist aber auch schon. Alter, wow! Der ist aber everything. Oh, der sieht ja aus. Also, vor allem, es regnet auch noch. Also, dafür kriegt es auch ein Gut, weil die Idee auch wieder gut war. Ja, der ist der Beste, den ich je gesehen habe. Die Farbe sieht aber ein bisschen. Der wunderschön ist. Aber Paluten. Aber Paluten. Findest du, das sind die Regenbogenfarben. Fängt er mit Blau oben an. Alles klar. Alles klar. Okay. Das ist die Wall of Rain. Also, das muss ich sagen, ist kein Regenbogen. Sorry. Mein Eis. Sorry, mein Eis am Reading. Oh mein Gott, es ist die Best. Katie, komm mal kurz her. Best. Komm mal ganz kurz her. Na, 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 na. Katie spielt gerade WoW. Oh, es ist am Regnen. Und mit Regenbogen. Das ist wieder süchtig geworden. Das ist wieder süchtig. Aber der Regenbogen sieht nicht so schön aus. Ja, so klar. Das kriegt von mir ein Meh. Aber die Idee ist ja gut. Also. Es regnet mir zu hart. Wenn ich jetzt schlechter als Platz 3 werde. Gamers Time. Wenn ich schlechter als Platz 3 werde. Gamers Time. Brauchst du das nächste Mal? In der nächsten Folge. In der nächsten Folge. In der nächsten Folge. Nicht in dieser Folge. Ich bin nicht Platz 3. Paluten ist Platz 3. Was? Ich bin richtig schlecht. Paluten ist von uns der Gewinner. Paluten ist Mr.Moss zweiter. Ich bin dritter. Ich bin nicht zweiter. Also von uns, ja. Ja, von uns aus. Okay, ich habe richtig verkackt diese Folge. Ich hoffe, du kannst nächstes Mal meinen guten Namen umgespielt. In-Game. Ja. Okay, dann worauf geht es das nächste Mal. Wenn es euch gefallen lassen. Haut rein. Und heute gibt es noch einen Stream. Und noch einen Vlog. Ciao Leute. Schaut bei den anderen Dudes vorbei.